ein herzliches willkommen zurück zum dritten cup match und es geht wieder zurück zu bundesliga gegen zweite liga und zwar zum fahr matersburg der frank sieben liegt gegen wiesler krakau die auf frank 5 liegen wir spielen hier im burgenland oh mein gott oh mein gott ja matersburg ist ja schon quasi fast zweite liga naja sieben tor sind noch fünf plätze dazwischen naja stimmt zwölfer liga oh was war das naja ein bundesligist ist schon ausgeschieden einer weiter genau einer weiter kaputt soll ich darauf abgeräutet ob ein pfiff kommt oder nicht aber der war ein bisschen billig gewesen aus meiner presse ja klar wir beim eigenen verein noch ein bisschen mehr ich weiß nicht ob man das Ending zeigen kann in dem match Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Ja, jetzt muss umgeschaut werden bei Matersburg, ganz klar. Ja. So früh schon eine Karte und einen Platzverweis, das ist natürlich bitter. Aber es trifft Pirlac. Niemals. Keinen guten Verstoß. Oh, schöner Pass. Alter. Und jetzt gibt es ja der Väter. Ja. Und vielleicht lohnt es ja. 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 Ja, die Partie nimmt Farbe. Die Partie nimmt Farbe. Na gut, Janu ging Buhalik. Oh, der Bürger ging Buhalik. Oh, shit. Oh! Ja, ja, ja! Ja! Du hast vorhin schon anmelden können. Nein, habe ich nicht. Da habe ich nichts gebracht. Rennen wir noch mal um. War ja keine Pause dazwischen. Achso. Weil es ja gleich nach dem Elfmeter weitergeht. Ja, stimmt. Ich dachte, dass es vor dem Elfmeter noch ist. Nein, geht nicht. Bei dem Elfmeter darfst du nicht drücken. Ah, okay. Weil es war ja ein bisschen, was ich, wegen dem Stress und so. Hm, stimmt. So, Umstelle arbeiten bei Wiesla Krakow. Und das ist natürlich für beide Mannschaften extrem bitter, auch wegen der Fitness, muss man sagen. Oh mein Gott. Oh Gott, zu viel Dank, komme ich da nicht durch. So wollte ich dich nicht erwischen. Ja, okay. Es sei aber ein Spiel, wieder zurück. Guter Seitenwechsel. Ah, viel zu lang gedrückt. Und nächste Chance, Lecky. Ja, viel zu harmlos, was der Martinsburg hier abliefert. Oh, der Pass war schön. Nein, es geht viel über die Seite von ihm. Auch eine rote Karte. Oh Gott, wirklich. Ich bin sicher. Das war genau der Stolperer. Ja, dachte ich mir. Ja jetzt natürlich noch mehr ein Kampfbedonteres Spiel als vorher auch. Ja, der war super. Die waren besser. Ja, der Bürger ist leider nicht der schnellste. Aber dafür muss man sagen, andere fliegen gleich. Er hat zweimal noch sich der Fang. Das heißt, es war nur ein Verteidiger gewesen oder zwei Verteidiger. Ja. Ja. Ja, meiner hat keinen Kopf voll gemacht. Das habe ich ihm leider runtergegeben. Dass ich andere Art gebiete. Puh. Jetzt ist die Frage, wer sich hier mehr in die Halbzeit rettet. Ja, der hat keinen Schuss aus. Das ist gut. Na gut, Wechsel gibt es auf jeden Fall einen. Deswegen. Deswegen. Ah. Deswegen war ich so offen auf der einen Seite. Nein, das ist das, was ich durchgesprüht habe. Na gut, zweiter HZ. Oh. 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 No. Oh. Oh. Nein. 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 Oh mein Gott, schön durchgesetzt, ein Ding. Oh, jetzt geht der weg. Oh. ich glaube ich besser fand hätte in der andere genommen ich glaube ich überrascht dass er ihn genau vor die beine fällt aber das war nicht so gut oder der will noch schön an das park ist nicht für schiespielen haben wir noch nie gekriegt oh schön aber das war ja nichts ich dachte die rennen besser mit nein oh mein gott viel borgas ja in derweil nutzt das 00 eigentlich nur matersburg was oder spiemen gaga na wo spielen Ich auch. Na ja, gut. Probieren wir es. Achso, ich habe ja schon zwei. Dann brauchen wir das anders. Und du könntest eigentlich von der Seite auch gut reinziehen. Machen wir das anders. Probieren wir das so jetzt. Kein Risiko mehr. Das war ein richtiger Rinder. Das merkt man auch eben schon mit Fitnessproblemen. Das hat man jetzt taktisch umgestellt. Das ist einfach noch mal weg. Oh. Alter. Oh. Schade. Gelb gibt es auf jeden Fall. Ja, verdient natürlich. Oh shit. Oh shit. Die Fitness tut. Aber wir retten uns trotzdem ins nächste Spiel. Ja. Wir beide. Beide Mannschaften eigentlich. Jetzt die Highlights. Und dann geht es gleich weiter. Ohne, dass ich eine falsche Mannschaft bin. Wollte ich jetzt gerade so sagen. Ja, ich bin gespannt, welche Highlights hier kommen. Natürlich die Fouls. Die Ausschlüsse auf jeden Fall. Ja, leider. Die Fitness hat zum Schluss vielleicht noch gefehlt bei beiden, dass da einer den Konter hat. Ja, Gruber muss man ehrlich sagen, der hat die Matchball gehabt. Ja, auch da wäre er kopfbar stark. Ja, voll ist auf beiden Seiten. Ja, die gab es genug. Na gut, 0 zu 0. Und es geht gleich weiter. Es geht nach Krakau. Ja, man muss sagen, eigentlich alle drei Matches knapp. Bis auf Match 2.2. Ja, aber dann sind wir auch in die Verlängerung gegangen. Aber dann war plötzlich Mattersburg. Mattersburg, 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 Mattersburg. Da war ich drüber. Ja. Ja. Jetzt ist wichtig. Krakau jetzt natürlich aufpassen muss beim Tor bekommen. Ja, wenn Gruber den Ball nicht angenommen hätte, sondern probiert hätte gleich zu schießen, das war die beste Chance auf Mattersburg Seite. Aber da darf man jetzt nicht nachweinen. Na gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ohne Worte. Ohne Worte. Ohne Worte. Der Kapitän bringt sein Team in Führung. Ohne Worte. Ohne Worte. Ohne Worte. Buch Oh Schade. Boah, das ist alles offen. Poguski. Ja, nach 10 Minuten steht die Abwehr der Mathisburger noch nicht so ganz rund. Alter, das gibt es ja nicht. Ah, das war falsch. Diesmal für I.N.Piece auf unserer Seite. So wollte ich das ja nicht machen. Ja, Probleme in der Offensive bei den Mathisburger. Da ist viel Freiraum zu spielen. Und wieder. Alter, das gibt es ja nicht. Uhhh. Ups. Wichtig. Alter, gewinnt sie überhaupt noch mal irgendeinen Scheißball. Oh. Die gewinnen nichts mehr. Die gewinnen keine Scheiß-Zweik-Kämpfe, oder? Ja. Ja, lass dich fallen, heute hast du hier recht. Oh. Oh. Schade, den hat er nicht gut angenommen. Schade, den hat er nicht gut angenommen. Schön. Oh. 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 Ja, mal wieder ein Lebenszeichen. Vielleicht noch ein bisschen Zeit gehabt. Ja, ein bisschen Glück dabei, dass er den Ball hier noch so rein kriegt. So, das war wichtig. Ja, die ersten 20 Minuten, die Defensive der Mattersburgers, sehr unkonzentriert, nicht wachsam. Ja, wie soll man sagen, nicht so kompakt auf jeden Fall wie im ersten Spiel. Das hat Krakow natürlich genutzt, die gleich von Anfang an eben ein frühes Tor schießen wollten. Dadurch natürlich gleich voll draufgepresst hat. Ja, wie soll man sein? Ja. Daher sind nicht mehr draufgepresst. Das muss er geben, das muss er geben. Das erste nicht, aber das zweite, das muss jetzt sein. Na gut, wie im ersten Spiel auch jetzt wieder ein Elfmeter, der in Jano tritt und ihn verwandelt. Somit ist Martersburg wieder im Spiel. Weiter. Ja, sogar weiter. Mit derzeitigen Stand weiter sogar. Und das wird jetzt noch eine Schlacht werden. Na gut. Ja. 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 so ist auch nicht besser auch sowieso auch nicht das war aber schon sehr hoch das bein muss man sagen ich weiß gar nicht ob es das im FIFA gibt Wolfsbahn wäre aber interessant zu wissen eigentlich ja ja also jetzt somit derzeit in der Wiesler weiter ok jetzt hat man irgendwas falsch gestellt gehabt ah Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 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 der könnte hier mit einem doppelpack so 10 minuten sind es noch auf der uhr ja die heimstärke die hat hier sicherlich auch den ausschlag gegeben weiter ja so oh Ja, im Endeffekt waren es dann doch die zwei Tore, die den ausschlag gegeben haben die am anfang so blitzart durchgemacht wurden so bravo wie es war und die wiesler-fans wollen das anscheinend nicht sehen ja alfred finnboggers haben zwei versuche zwei treffer das ist eine gute statistik die ersten 20 minuten und die letzten 20 minuten hat ein bisschen verschlafen hat das gut da sind wir als erstes Sotho von endings kaputt ja beides ja da kuszt er knapp nicht dran gewesen 1 oder 6 sonst kann man wenig zuschreiben hat viel gehalten gut gehalten seine hintermänner haben halt nicht die leistung gebracht die sie hätten bringen sollen ja das leider nicht hier ein bisschen Abwehrfehler sage ich einmal hier dürfte matersburg noch kurzzeitig hoffen hier die schöne flanke auch dann hinein ja interessant zu wissen weil das war eigentlich hoher Fuß naja ich schätze dann wird es das nicht geben ja sonst hätte es wahrscheinlich ab das finde ich halt ein bisschen blöd so wie das Helm sich gibt in FIFA das verstehe ich nicht ganz das kannst du einstellen ja aber nicht online achso oder online müsste ich mich das einschauen kannst ok ok und er fliegt fliegt ja trotzdem schönes Match teureis gratulation an Wiesler Krakau und ich verabschiede mich hiermit ja ich auch und wir sehen uns beim nächsten Mal bis dann halt rein ciao ciao